weil ich reparieren meine flätschen ja sekunde aber das kann ich auch mal habe ich noch etwas habe ich noch reparieren vielleicht keine falsche idee hat mich genommen war doch doch ja ja so vorräte suchen man ist im keller ach der mit ohne beine ja man nutzt trotzdem nicht mehr ich weiß gar nicht warum so drückt knöpfchen damit wir rauskommen genau so Vorsicht. Ich hab mal eine Kiste gefunden. Oh. Fall um noch. Das gibt's ja gar nicht. So, meine Kiste habe ich auch gerade gefunden. Fünf Meter zeigt er mir in diese Richtung an. Ja, kann sein, dass sie hier ist oder eine Etage über. Hier waren wir doch gerade. Oh. Hier ist noch ein Bantresor hier rum. Hat einen Drops fallen lassen, du. Muss ich wohl noch mal einen höher, wa? Ach. Ach, Jörtchen, wir schreiten da so. So. Guck mal, wo sie steckt. Ah. Oh. Keller ist clean. Oh, was ist das denn hier? Hier ist ja den richtigen Gang. Hab ich gerade gesehen. Letzt mal. Wo ist sie denn? Ach. Guck mal eine an. Oder woher wäre es nicht gelaufen. Ich will mich veralbern hier. 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 Okay, wir müssen ja noch säubern. Also müssen wir trotzdem noch alle machen. Oh, hier sind Heizkörper drin. Oh. Na gut. Habt ihr den Tresor da unten leer gemacht? Den habe ich leer gemacht, ja. Ja. Okay, hier liegen beide Tote rum, also ist das schon durch. Oh, die ist ja nervig. Die ist sowas von anhänglich. Gut, du. Na mal, ja. Wow, muss ich jetzt nachladen? Wo ist er denn? Oh Gott, das wäre... Die ist 100% draußen. Die rennt bestimmt draußen rum. Mit Sicherheit. Oh. 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 Ach du Himmel, Junge, 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 komm hier nochmal her, nee, ich möchte wieder spielen, nein, 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 nein. Eieieiei, Sekunde. Liegt er hier in der Tür rum. Hups. Irgendwo ging es ja noch hoch am Dachboden, ne? Ja, hier vorne durch. Ah, der liegt hier ein bisschen ungünstig. Wo ist denn das? Hier noch mal kommt schon, ne? Hier liegt ein Rucksack. Ach so. Ach, der Herr, dann, okay. Oh, hier nicht. Der Stick hier, der liegt in der Tür. Die ist bestimmt, die ist garantiert draußen und macht da, macht da einen Larry. Ja, ja. Ach so. Bist du das schon? Ne, hier am Fenster leider nicht. So, dann versuchst du dein Glück. Na gut. Ich guck mal hier, wo die ist. Müsst du eigentlich fertig sein, ne? Ja. Dion. Nee. Mit dem ersten Dietrich aufgekriegt, du glaubst das ja nicht. Ja, hast du das geschafft. Ja, das wüsste ich auch gerne. Lass das, du blöde Zicke. Bist du draußen, Alf? Ja. Und da kommen sie angewützt. Oh. Ach, das kann ich auch noch missen. Ach, du heile Bimber. Haut ab. So wüssten du. Da drüben, ach, da. Ach, wenn die aus auch nicht da ist, ne? Ja. 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 Ich dachte, der wäre tot, weil der nur gestanden hat, rumgezittert hat. Aber na gut. Der könnte doch einen Stiefel ab, der ab. Da ist noch mal eine Schrei-Else. Na, war auch nicht was los, lieber Freund. Ja, hopp. Guck mal, was der Händler sagt. Wo ist er denn? Da hinten. Äh, wo steht denn mein Moped, ne? Vorm Auto. Äh, verliegt. Na, ernsthaft? Ja. Warum hast du es gestillt? Ja. Ja. Ja, ab zum Händler. Einmal abgeben. Genau. Ah, ich habe einen weißen Klumpen gefunden. Ich habe ihn gehört. Ja. Bin. Oh, Hundecke hier. Du sollst da langfahren. Au. Aber die Brühe halt. Ja. Oha. Mal gucken, was wir noch haben hier zum Verhökern. Da wäre eine schöne Kiste hier stehen. Da kann man da nicht mal das ganze Loot hier reinschmeißen, oder? Ja. Ja, stimmt. Das kriege ich eh nicht alles mit. Das ist mal auf. Nein. So, mal schnell mal den letzten Rest noch rein. Und vielleicht ist da noch irgendwas zwischen, was ihr hier brauchen könnt. So. Warte mal. Du, du, du. Jetzt verlegen wir. Okay. Nun gucken wir mal, was es sagt. Habt ihr hier nochmal durchgeguckt, oder? Hm? Ich auch? Ja. Mit. Kann er dich auch, kann er auch kriegen. Ich bin ja das da. Da da. Das da. Warte mal gucken. Ich muss mal gucken. Mach mal auch viel. ich hab ja auch noch was kann mal gucken was er was haben wir denn hier an kanonen was aber den pump kann hat er hier noch ein vierer ich kann ja auch ein bisschen munition abkaufen ich spiele keine rolex nehmen wir mit 13.600 für ein taktisches sturmgewerfen fünfer das ist doch geschenkt ja kauft mann mann wir haben schon wieder 905 also ich hätte schnell rum gewesen oder nachricht eigentlich nicht aber wir wollten ja wir haben das das flieger tüte erbauen kann man eine runde so gegen flügel so hat sie nicht überfahren ich habe es auch jetzt mal absolut nicht getan weil meistens wenn ich das nicht machen will dann passiert das soll ich mal gespannt in ja hier oben ist alles raus hier in der hand geht sehr gut gut dann reiner sehen wir es im keller ja komm runter hier wir sein können dass wir besuch kriegen hauptsache zumachen na gut ich meine so viel strom wird hier sowieso nicht gebraucht nee aber man kann es ja mal anmachen der umwelt zuliebe in ein ventilator vorne quasi zur lufterfrischung ich glaube der ist noch nicht mal angeschlossen nach hier ich glaube ich gehe auch gar nichts nach der ganze strom ist komplett mit der tode hose hier ich kann mal gucken wir gucken mal mit der zange was sie sagt an die warte soweit haben doch da müsste noch strom für die lampe müsse noch saft sein elektroverschaltung dahin keine ahnung gut die gehen auf jeden fall nicht ich bin gespannt normalerweise müsste hier ne da ist kein saft drauf ja da ist kein strom drauf aber der fall da muss nicht runter da ist strom 消ekt gut 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 So, die Ventilatoren unten funktionieren. Sehr gut. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, wir wollen nicht zu viel machen. Die Helis müssen auch fertig sein, theoretisch. Mal gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das oben mit... Schlumpfhine? Einmal hier. Inseckle. Dankeschön. Jo, wo bist du? Auf dem Steg. Auf dem Katzenwalk? Ja, ich komme ohne. Ich bin hier. Wir nehmen dir. Hier, hier. Ich habe auch noch ein Säckchen für dich. Ja, danke schön. Guck mal, da haben wir wieder einen Flieger. Natürlich, guck mal nochmal, wie ein Benzin, ob das mal durchgelaufen ist hier endlich. Oh, schön. Benzin ist auch da. Großartig. Noch elf Minuten, aber das passt. Ähm. Das raus. Das raus. Ich packe das mal unten. Die Benzinkiste. Warte. Dann können wir nämlich morgen so ein bisschen durch die Gegend fliegen, sozusagen. Ja. Und ein bisschen da am Norden mal hoch. Und dann, wenn wir da oben so ein bisschen sind, Richtung, äh, Westen. Vielleicht finden wir ja noch, ähm, das Atomkraftwerk oder das Schiff. Genau, die Titanic. Wer weiß, wer weiß. Naja. Was nicht ist, kann die noch werden, ne? Ganz genau. Und nicht anders. So. 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 So.